Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft einfach. Heute geht es um die fünf wichtigsten Informationen zum Kohleausstieg. 1878 wurde von Siemens das erste in Anführungsstrichen Kraftwerk im bayerischen Schloss Lindenhof für König Ludwig II. gebaut. Das bestand aus 24 Dynamo-Maschinen und hat die sogenannten Kohlebogenlampen betrieben, die von Siemens erfunden wurden. Wenige Jahre danach hat Thomas Edison in New York das eigentlich erste richtige Elektrizitätswerk gerichtet, welches mit Kohledampfkesseln betrieben die Glühlampen, die Thomas Edison ja erfunden oder zumindest richtig entwickelt hat, dann auch betrieben haben. Zweitens, wir haben in Deutschland einige der dreckigsten und am schlimmsten betriebenen Kohlekraftwerke in Europa überhaupt. Allen voran die Kraftwerke Neurad, Niederausim und Jenswalde gehören zu den klimaschädlichsten Kraftwerken überhaupt. Dicht gefolgt wiederum von Weisweiler, Schwarze Pumpe und Lippendorf. Also Braunkohle in Deutschland gehört zu den schlimmsten CO2-Emittenten in ganz Europa. Drittens, der Ausbau und das Angebot von erneuerbaren Energien ist deswegen auch extrem wichtig, weil beim Abschalten von Großkraftwerken, zum Beispiel von großen Braunkohlekraftwerken, das Angebot von Strom im Markt ja immer geringer wird und deswegen der Preis tendenziell für den eigentlichen Strom, für die Megawatt oder die Megawattstunde steigen wird. Damit wird ja das Angebot der verbliebenen großen Kohlekraftwerke attraktiver, weil rentabler, weil höherer Preis erreicht werden kann. Deswegen ist es wichtig, nicht nur die alternativen erneuerbaren Energien anzubieten, sondern auch CO2-Bepreisungen, zum Beispiel eine Steuer einzuführen, um die großen Kohlekraftwerke weiterhin wenig rentabel zu halten. Nach dem Plan der Kohlekommission, die ja Ende 2018 getagt hatte, sollen in den nächsten Jahren bis 2022 insgesamt 5000 Megawatt an Braunkohle und 7700 Megawatt an Steinkohlekraftwerken vom Netz gehen, stillgelegt werden. Damit verbleiben noch 15.000 Megawatt für jeweils Braunkohle und für Steinkohle, die über die nächsten Jahre dann auch stillgelegt werden sollen. Damit würde man schon die CO2-Emissionen um 45% im Vergleich zu 1990 verringern. Die eigentliche Stilllegung soll einvernehmlich mit den Betreibern stattfinden oder dann eben ordnungsrechtlich mit entsprechenden Entschädigungszahlungen. Alle weiteren Kohlekraftwerke sollen dann bis 2038 vom Netz gehen und stillgelegt werden. Vorher soll es nochmal einen Expertencheck geben, ob das nicht auch schon bis 2035 möglich sein würde. Diese Stilllegung entspricht in etwa 20.000 Arbeitsplätzen. Das muss man aber immer in Relation sehen zu zum Beispiel über 300.000 Arbeitsplätzen allein im Bereich der erneuerbaren Energien, die ja auch über die nächsten Jahre noch tendenziell mehr werden würden. Natürlich muss man den betroffenen Arbeitnehmern Möglichkeiten geben, sich hier neu zu orientieren, zum Beispiel sich umzuschulen. Und das ist ja auch ein Bereich, in welchem ich aktiv bin, denn ich biete Ausbildung und Weiterbildung in den kaufmännischen Bereich der Energiewirtschaft an. Zum Beispiel durch solche Online-Videos, aber auch durch richtige Online-Kurse oder eben auch vor Ort Präsensseminare. Das soll es gewesen sein für die fünf wichtigsten Infos zum Kohleausstieg in Deutschland. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach gemacht.